Die Buschenschank Weinbau Hermann in Wien ist ein außergewöhnlicher Ort, um die Seele baumeln zu lassen. Inmitten des Weingartens können die Gäste neben vorzüglichem Wein auch kulinarische Köstlichkeiten bei wunderschöner Aussicht genießen. Auf der Speisekarte stehen hausgemachte Aufstriche, Salate und traditionelle Speisen wie Fleischleibchen und Hühnerkeulen. Berühmt ist die Buschenschank für den täglich frischen Kümmelbraten und den schmackhaften Schweinsbraten. Auch das Dessert kann sich sehen lassen. Hausgemachte Apfelstrudel oder Obstkuchen mit Früchten aus dem Hermannschen Garten. Die Weine aus eigenem Anbau runden den kulinarischen Genuss perfekt ab. Angeboten werden unter anderem gemischter Satz, grüner Feldliner, Urrebenwein und verschiedene Butenweine. Ob im wunderschönen Garten, auf der Veranda oder im Lokal selbst, das urich familiäre Ambiente der Buschenschank-Weinbau Hermann lädt zum Verweilen ein.